Liebe Zuseherinnen und Zuseher, ein herzliches Grüß Gott zu einer weiteren Ausgabe des Intel Center Delves Magazins. Diese Woche ganz im Zeichen der Kunst und der Kunstmeile in Delves. Da fällt mir gleich ein Sprichwort dazu ein, der Kunst ihrer Zeit und der Zeit ihrer Kunst. Und da ich fast keine Zeit mehr gehabt habe von lauter Organisationen, eine Kunstmeile zum Anziehen, deswegen gehen wir jetzt zum Catwalk rein und schauen, was es so Neues gibt. Barbara, meine Retterin, ich brauche echt wieder mal eine neue Jeans, bitte. Kannst du mir helfen? Jeans kann ich dir einiges anbieten. Wir haben jetzt schon auch wieder neue Ripley-Modelle. Dann haben wir vom Scotch & Soda sehr lässige Jeans da. Ich glaube, Fredi, für die waren einmal ganz die lässige Ripley in Ordnung. Das war jetzt ein ganz tolles Modell, hat ein bisschen Risse drin, ist jetzt ein bisschen die fetzige Linie mit einer lässigen Waschung. Das ist jetzt die neue Laserblast-Waschung. Ganz lässig vom Ripley. Das ist ein lässiger Jeans. Genau, den habe ich jetzt gesucht, den probiere ich jetzt auch gleich. Ja. Aber ein Hemd kannst du mir vielleicht auch noch gleich mitgeben, hm? Ein lässiges Hemd oder du magst ein T-Shirt. T-Shirt hat man jetzt heuer ganz neu von der Firma Petrol an. Das sind sehr lässige T-Shirt. Aber wenn du lieber ein Hemd magst, haben wir sehr schöne Hemden vom Scotch, das ist kurzarmenden, sehr leicht. Kannst auch, wenn du magst, ein lässiges Shirt anziehen. Magst du einmal probieren, oder? Ja, das probiere ich gleich unten miteinander. Super, Fredi. Ich glaube, das passt. Größenmäßig sind wir dabei. Die Jeans passt auch sehr gut. Was dann da einmal ganz lässig dazu war, war natürlich ein Date-Turnschuh. Die haben wir auch im Geschäft. Die kann ich dir noch schnell zeigen. Das waren noch die ganze lässigen Modelle. Das sind die Date-Schuhe. Die passen ganz lässig zu Jeans, auch zu Gino-Hosen. Und was ich noch habe für die, einen lässigen Bläser. Die sind ganz lässig, wenn du magst. Könntest du einmal schnell einschleifen. Ja, perfekt. Könntest du auch einmal so ganz lässig. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist der Durmbatsch. Dann sind wir perfekt. Dann gefällt es mir. Aber die lange Hose sind schon toll heiß nachher für den Sommer. Kürzer, das wärst du wohl auch noch was haben. Wir haben ganz viele kurze Hosenhaier von den Herren vom Ripley, vom Scotch, karierte vom ADC. Unter anderem haben wir neu die Bade-Shorts vom Petrol. Dazu passen die Flip-Flops. Also ich glaube, Fredi, wenn du da keine findest, auch weh. Ja, aber die suchen nachher die Nachtarbeit hinten, gell? Komm schon einfach nach halb sieben. Ich bleib für dich da. Passt, danke. Das ist ein Wort. Full Service beim Catwalk. Liebe Uli, passend zum Frühling, zum Thema Fit in den Frühling. Was gibt es denn derzeit bei dir? Ja, da gibt es bei uns jetzt ganz was Tolles. Es gibt es zwar schon längere Zeit, aber diesmal haben wir natürlich auch wieder für unsere Kunden eine Aktion. Wir bieten wieder diesen wunderbaren Grano Slim Frappé-Shake an für die Bikini-Figur. Und dann bieten wir hier den Arcaid-Ring. Den kennen die Leute schon. Der wird auch viel gekauft, hat auch viel schon geholfen. Also los. Der Sommer kommt ganz bestimmt, wenn auch etwas zaghaft. Und heute, sie erhalten bei uns vom 4. Juni bis zum 14. Juni auf alle unsere Shakes 10% Rabatt. Damit es leichter fällt. Ja, und wir wünschen natürlich auch dazu viel Erfolg. Seit Jahren schon Bestandteil bei uns im Jahresprogramm des Intercenter DELFs, die DELFer Kunstmeile. Und so natürlich dieses Jahr auch wieder. Am Freitag den 13. und Samstag den 14. Juni geht die DELFer Kunstmeile wieder über die Bühne. Am Freitag von 13 bis 18 und am Samstag von 10 bis 17 Uhr kann man im Erdgeschoss bei uns verschiedensten Künstlerinnen und Künstlern aus der Region über die Schultern schauen. Da haben wir zum Beispiel eine Kerzenzieherin, dann Glasschmuck wird wieder gemacht, Live-Performances. Das Kunst in seiner vielfältigsten Vielfalt für jeden ist was dabei. Freuen sie sich auf etablierte Künstler wie der Witsch Bernhard, der Schletterer David, die Grippelstina oder auch der Harry Triendl mit Live-Performances. Und ein besonderes Schmankerl haben wir im Obergeschoss den Julian Ecker, ein junger, engagierter Künstler aus der Region, der seine CD live performen wird und somit auch präsentieren wird. Ja liebe Kinder, auch für euch haben wir etwas Tolles vorbereitet und zwar haben wir den Titelseiten Malwettbewerb gemeinsam mit den Bezirksblättern bei uns im Haus. Kommt vorbei, malt vor Ort zum Thema Kunst passend ein Bild und dieses wird dann von einer Fachchirie prämiert und der Hauptpreis erhält einen Tagespass für vier Personen für das Alper Mare in Bad Dölz. Ja liebe Zuseherinnen und Zuseher, zusammenfassend kann man sagen, es ist natürlich wieder einmal im Obergeschoss und im Untergeschoss einiges geboten. Vorbeischauen lohnt sich immer bei uns im Intel Center DELFS und somit bleibt mir nur noch zu sagen, alles Gute fürs Oberland. Musik 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 Musik